Sei kein 31er. Aussage verweigern, schweigen. Das sind immer unsere Tipps. Aber wie funktioniert das eigentlich in der Praxis? Stellen wir uns vor, ich bin vorläufig festgenommen, sitze bei der Kriminalpolizei im Vernehmungszimmer und drei Beamte nehmen mich in den Mangel. Ja, wenn du jetzt alles zugibst, wird sowieso eingestellt oder jetzt können wir noch ein gutes Wort für dich bei der Staatsanwaltschaft einlegen. Eine Aussage nach § 31 geht jetzt noch, aber übermorgen vielleicht nicht mehr. Was tue ich in der Situation? Ich weise höflich aber bestimmt darauf hin, dass ich mich jetzt nicht zur Sache äußern möchte und dass ich mit einem Anwalt sprechen möchte. Das muss die Polizei akzeptieren. Und ich kann ein Geständnis, Aussage nach § 31, genauso in drei Tagen, drei Wochen oder drei Monaten machen. Das muss nicht sofort sein. Das einzige Interesse, das die Polizei hat, dass ich sofort eine Aussage mache, ist, dass mir jeder vernünftige Anwalt davon abraten wird. Und die Polizei weiß, ein Geständnis gibt es entweder hier und jetzt oder nie.